Musik Hallo, willkommen zurück hier bei The Evil Within Ich muss euch mal was sagen, bevor ich hier mit dem Spiel anfange Ähm, ich habe nämlich die Krake besiegt Vom letzten Mal, wisst ihr noch, ne, in der großen Halle da Nicht wundern, dass ich das jetzt nicht mehr machen brauche Aber ich habe gestern versucht aufzunehmen, die Folge Also es war ein richtiger Kampf mit der Krake Und ich habe dauernd aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen Aber irgendwie ist die Folge nicht mehr da Verschwunden auf meinem PC, ich weiß auch nicht warum Fragt mich nicht, wieso? Keine Ahnung Ich hoffe, dass jetzt diese Folge da ist Also irgendwie gab es gestern Probleme beim Aufnehmen Naja Jetzt bin ich weitergekommen So, wie ihr seht Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo die Krake jetzt war Wo waren die? Ähm, irgendwo da hinten, oder? Naja, auf jeden Fall habe ich es geschafft Habe ich hier noch was? Ne, war nix Okay, gut So Jetzt geht's los Ähm Wo macht man das jetzt am besten? Ne, warte mal Okay Nein, nicht verlassen Reingehen Ähm Ne, das war jetzt nix Warte mal Er ist umsetzen, okay Kann ich die Dinger auch drehen? Ne Hm Warte mal, nehmen wir das da Dann ist das schon mal an Okay Verlassen Einsetzen Ich kann das nicht drehen Hä? Was soll das jetzt? Warte mal Das da Das kann ja nur da hin passen Subli Was heißt ein Subli? Ähm Ähm Warte mal Das ist an Das heißt Ich muss jetzt da nochmal drehen, oder wie? Ah Ach Ach schon Moment Bevor ich hier irgendwas tue Ach, guck an Ja, Wahnsinn Voll viel Ich hab grad Haha Ah, hier ist auch nochmal was Krass Jetzt geht's aber los Hallo Nimm's So Haben wir noch was Moment Wo ist jetzt das andere? Fehlt da noch was, oder? Ne Sind wir noch was aufgegangen? Ne Ja gut Hat er das schon mal aufgemacht? Jetzt machen wir mal eines Jetzt tun wir mal hier Das da auffüllen alles Lass mal hier wieder was haben Ne, das will ich nicht Depp Kann man jetzt? Ne, kann man nicht Muss ich das jetzt verstehen? Ah Warte mal Jetzt vielleicht Warum geht das Der Ding Muss ich nochmal drehen? Ah, dann drehen wir mal nochmal Was so lustig ist Ah, jetzt ist der Schalter Umgelegt Okay Jetzt passt's Boah Dann geht's hoch So, wo geht's hin? Ich hätte das speichern sollen, oder? Oh oh Aha Aha Nochmal Nochmal Altes Gemäuer hier Ah, hier geht's raus Guck wo Und da ist eine Statue Äh, nein Das ist doch Einen Schlüssel Wunderbar Haben wir ja gut geschafft Okay Dann geht's jetzt hier weiter, ne? Oh oh Und es speichert Ja, ich würde gerne mal da hin Oh oh Lebt der noch? Nee Boah Ah, da ist was Ich guck mal lieber nicht, dass hier irgendwas liegt Was ich Bereue Was ist denn jetzt los? Du wirst Kacke Du wirst Was werde ich denn? Na, was werde ich denn? Ich werde gleich etwas trinken Leiden Nein Hallo Oh scheiße Was ist denn jetzt los? Was? Oh Gott, des Willens Bin ich denn jetzt? Hallo? Oh nein, ich darf wieder, bitte Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich hab dir damit einen Gefallen getan Du hast keinerlei Referenzen Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt Oh, aber sie werden Ich hab dich auf jede erdenkliche Weise getroffen Was soll's Achso Ich hab was ich brauch Fehlt nur noch die Verfahrensweise In der Tat Und deswegen sind wir hier Wir Das wagst du Du kannst es ohne mich nicht vollenden Gut erkannt Was passiert jetzt? Oh oh Willst du jetzt Mitleid von mir? Nein Nicht schon wieder Oh bitte Oh fuck Oh nein, jetzt geht die Gaudi wieder los Oh fuck Warte mal, warte mal Machen wir mal so Ja, ja, entfernen Sehr gut Boah, scheiße Ja, ja, entfernen Wunderbar Weg, weg, weg Oh scheiße Entfernen Und jetzt Das Spielchen hat man nämlich schon mal Oh Also mit dem Stecker ziehen hat man schon mal Oh, wir haben kein Witz überlebt Cool Dann speichern wir jetzt mal So Zack Okay So, dann geht's auf zum letzten Kapitel 15 Das Angesicht des Bösen Ich bin gespannt, wie das wird Oh, Gottes Willen Grüß Gott War es die Krankenschwester oder die eine da? Hä? Boah Scheiße Bin ich hier wieder? Mann ey Was ist hier los? Ich bin mal gespannt, wie viele es noch gibt Ist hier niemand mehr? Was ist das? Internes Gesprächsprotokoll Ermittler PHI Sie wissen, warum Sie hier sind? Detective Castellanos Weil Sie Ihren Job nicht machen Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KZPD durchgeführt Außerdem gibt es Berichte von Drohungen Einschüchterungen und physischer Gewalt Ähm Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigungen hätten würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren Sie waren offensichtlich vorsichtig Sonst hätten wir die Sonst hätten wir die schon längst Aber wir behalten sie im Auge Da sind sie nicht die einzigen Was soll das heißen? Bestatten Sie mich weiter Dann finden Sie es bald genug raus Wenn Sie weiter so trinken müssen wir das gar nicht Ich habe so Ich habe zu arbeiten Sind wir hier fertig? Fürs erste ja Aber sie stehen auf dünnem Eiskastellanen Das ist noch eine Sache Und sie sind dran Ich bin dran Wenn es vorbei ist Verlässt das Verhörzimmer Was ist da los? Verstand verfolgen Verstand verfolgern Verstand verfolgen Verstand verfolgen Verstand verfolgen Verstand verfolgen Verstand verfolга gracious Oh Oh Gott, das will Hier land kann ich nicht speichern hallo speichern das kann jetzt nicht wahr sein egal das war am nächsten mal was zum geier da liegt nichts wo ist der jetzt es wird gleich laut oder wasser eine abkühlung gefällig besonders jetzt in diesen heißen tagen wieder ich schau lieber in jeden ecken rein ich nehme erstmal eine spritze so alles so gut kleiner wo führst du mich hin oh 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 bitte oh es geht nicht gut es geht nicht gut was ist denn hier los was ist denn hier los bitte hin was will er da oh nein oh so eine duschschifte geht jetzt auch ja ist gut ich komme schon der Laden stürzt ein hier lang ja w 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 Ah ja, okay. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Oh nein, und es speichert. Okay. Okay. Hoho. Hä? Wo war denn jetzt das Auto? Ah, hier sind Kisten. Sehr gut. Na, da unten war das. Haha. Scheiße. Tch. Hallo. Toll. Ich wollte die Kiste noch aufmachen. Ja, ist gut. Geruhig dich. Oh Gott. Was ist das hier für ein Scheiß? Was ist denn das? Da war ich doch schon mal. Ich hab's gewusst. Oh oh. Hier war ich schon mal. Oh nein. Hoffentlich stehen die nicht alle auf. Oh nein. Also hier scheint nichts zu sein. Nur Leichen über Leichen. Ah, wir legen's was. Hm. Und mal 1000. Sehr schön. Aber wie komm ich eigentlich nochmal zum Speichern? Wenn das hier schon so viel Zeugs gibt. Oh Gott, das will. Die Musik gefällt mir gar nicht. Das ist ja Mist. Ne, da will ich noch nicht hin. Warte mal. Hallo, zurück. Da will ich noch nicht hin. Geht's raus hier noch. Oh, ich dachte, da steht einer. Scheiße. Hier sind noch Bücher. Was ist da? Gar nix. Ja, gut, ne? Glaub ich, müssen wir da hin. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, und was uns da erwartet, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal hier bei The Evil Within. Tschüss.